Das kommt glaube ich schon, dass das der richtige Weg ist. Ah, wir haben nichts mehr dafür. Jep. Au! Ja. Ey, Leute! Das kann doch nicht angehen. Ey, sicht mal. Ich meine, was für eine Art von Spinne soll das bitte sein? Du wurdest doch auch schon von den Spinnviechern getroffen, oder? Ja. Du hast noch kein einziges, wenn man Gift abgekriegt, oder? So weit, ich weiß nicht. Oh, ey. Okay, aber... Das fiegt da, das lebt nicht mehr. Ich glaube, ich heil mich auch erst mal. Ey, das ist doch jetzt ein Witz. Ey, ich bin mal ernsthaft. Stopp, du scheiß Spinnen. Du vergibst es mich nicht nochmal. Wie kommen wir denn da hin? Aber wahrscheinlich da irgendwie... Und du bist schon wieder verküftet. Alter, Leute, das kann doch einfach nicht angehen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ey. Geht's hier rum? Hier müsst's doch rumgehen. Lauf. Also, die Frösche sind mir lieber als die Spinnen. Ja, mir auch. Aber wenn man zum Teil spricht. Vor allem, weil ich hab irgendwie so eine leichte Spinnenphobie. Naja, das hab ich nicht. Ich mag's hier einfach nur nicht. Naja. Stell dir mal vor, du hast eine schuhgroße Spinnen in deinem Zimmer. Okay, dann wäre das wahrscheinlich auch so. Stopp, du scheiß Motte da! Oh, ne, ey. WTF? Hast du das grad gesehen? Ne, ich war grad mit dieser Motte beschäftigt. Okay, das scheint der Weg von eben zu sein. Ich heil mich und geb dir Nektar. Was heil ich davon? Ja. Nur zu dem Zeitpunkt, wo ein Frosch bei mir in der Nähe steht. Ah, halt her! Nein! Toll. Das wäre jetzt total unnötig gewesen, mir Nektar zu geben, ey. Nee, ey. So ein Dreck, ey. Ja. Hätten wir das mal vorher gewusst. Hält mich von dem Spinnen ein bisschen fern. Ich will nämlich nicht wieder vergiftet werden. Verständlich. Lack. Richtig, lag. Die Tone hat mir jetzt daran, dass ich jetzt mit diesem komischen Service wieder online bin. Aha. Da hat es was. Ich mein, ist ja kein Ding noch. Solange es funktioniert. Ja. Ich mein, so oft lags jetzt nicht. Oh, da war wieder eine Spinne. Und ich mein, die Quali ist dafür nicht schlecht, nur. Ja. Was ist das da oben im Wasser? Das sieht aus wie so eine gigantische Wasserschlange. Ja. Es ist eine Schlange. Ja. Ich lese es gerade. Die kommt jetzt raus. Oh mein Gott. Das Ding ist keine Schlange, das Ding ist hässlich. Ich lese es auch. Alle ab. Acht Schaden? Abtauchen? Oh mein Gott. Alles in allem sag ich, geh sterben. Was? Hä? Nein. Da hinten ist er, links da hinten. Das lacht sich so leicht. Lass mal hinkommen. Verdammt. Ich teile mich nicht damit. Ja, sobald du berührst, kriegst du Schaden dadurch. Habt ihr schon wie oft berührert. Hä? Wieso? Du hackst, gib's doch zu. Ja, ja. Wie hast du mich geahnt, warnt? Ist das geschafft. Okay, der ist rechts. Ja. Du gibst den Lauen die ganze Zeit, ich komm doch nicht schnell genug hin und wenn ich renne, ist es das Problem. Alter, ich hab's in der Flamme gerade 30 Schaden reingehauen. Krass. Also kannst du die auch damage'n. Was hältst du davon? Du gibst den Flamme, ich geb dem Lüste. Ja, ich bin nicht gut. Woh? Was? Geht sterben? Ähm. Ich geb mir mal Nektar. Was hältst du davon? Ich find's gut. Ich bin bei 6 eben. Au. Ich bin hässlich und mache so viel damage. Und ich komm nicht dran. Ich zauber einfach auf den. Ach, Schaden. Die erste Flamme ist kaputt. Ich hab's gemerkt. Ich bin ja fast schon dafür, zuerst mal den Flamme zu geben. Aber dort zusammen ist, um den Boss zu kümmern. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Boah, Mistvie. Was hältst du davon klar? Nein. Oh. Nein. Der holt immer neue. Wir haben nix mehr zu meinen. Ich hab noch 10 HP. Okay, das ist schlecht. Ich glaube eh. Oh mein Gott. Nachdem wir jetzt wieder angefangen haben, müssen wir uns den ganzen Weg durch diesen Sumpf nochmal neu bahnen. Ja. Ich würde sagen, du bächtst ganz einfach jetzt erstmal so ein bisschen ein auf den Boss. Ja, dann musst du mit mir kommen. Ich hab dir einfach mal hier in den Fokus übertragen. Au. Ich treff den nicht. Ich treff ihn nicht. Das ist doch jetzt ein Scherz. Ich gebe dir Hunde Kuchen. Und. Ich bin ja fast dafür, nach dem Feuerauge zu rufen. Ich will es gleich nochmal versuchen. Ruhe, Mitte, Mitte. Ja, Schlempfecher. Ich will jetzt auch nicht rennen, weil das ja von meinen Prozenten abgezogen wird. Ja. Schau. Du hast nur verfehlt. Ja, hier. Ich treff den nicht. Ich rufe Feueraugen, ansonsten sind wir kompletter Marsch. Ich rufe Feueraugen, ansonsten sind wir noch gar nicht, dass wir das können. Musste ich auch nicht. Also, Live Spark klingt doch gut. Ja, das hört sich sehr gut an. Ich rufe Feueraugen. Ich rufe Feueraugen. Ich rufefe Feueraugen. Du hast nur 30 verloren. Passt. Je nachdem, wie viel es bringt, werden wir gleich sehen. Ich bin noch. Gut. Du hast getroffen. Ja, jetzt habe ich getroffen, aber das muss ich auch richtig timen. Oh, Leck. Ja. Böser Leck Oh ja Extrem Böser Leck Scheiß denn da nicht von mir ey Oh mein Gott Ich wollte gerade gucken, ob ich noch online bin, aber ich glaube, dann hätten wir uns nicht mehr unterhalten können Ey, Alter Mal kurz Escape drücken Zurück Äh Das ist gerade extrem komisch Ich nehme mal kurz nicht mehr auf Ja, gut aus